Investitionsrechnung, Überblick, statische Verfahren. Im Rahmen der Investitionsrechnung kann zwischen statischen und dynamischen Verfahren unterschieden werden. Statische Verfahren zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es sich hierbei um relativ einfache Verfahren handelt, welche lediglich eine Periode, also beispielsweise ein Geschäftsjahr, berücksichtigen. Statische Verfahren berücksichtigen also im Rahmen der Investitionsentscheidung keine Kosten und Erträge im Zeitverlauf. Für den Vergleich mehrerer Investitionsalternativen wird auf durchschnittliche Periodenkosten sowie Periodenerträge zurückgegriffen. Zu den wohl bekanntesten statischen Verfahren der Investitionsrechnung zählen die Krustenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsrechnung sowie die Amortisationsrechnung. Bewertungsvergleichsrechnung Bewertungsvergleichsrechnung Untertitelung des ZDF, 2020